In diesem Video erzähle ich euch, wie ihr mit dem Patch von Lightrider umgehen könnt, wie ihr neue Geräte hinzufügt, wie ihr die DMX-Adresse einstellen könnt und so weiter. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Lightrider-Video über den Patch. Viele von euch fragen ja auch sicher, okay, wie mache ich das mit dem Patch? Wie kann ich neue Geräte hinzufügen? Kann ich vielleicht sogar auch eigene Geräte hinzufügen? Das werde ich in diesem Video für euch ein bisschen beantworten. Und ja, ihr seht jetzt ja hier schon direkt den Screen für die Fixtures. Für alle Leute, die nicht wissen, wie ihr da hinkommt, einfach hier oben aufs Hauptmenü klicken und dann da auf Fixtures und dann ist das entsprechend da auch alles da. So, ich würde sagen, wir legen einfach los. Wir fügen jetzt mal einfach was hinzu. Dann klickt man hier unten einfach auf Brand und hat dann da entsprechend seine Auswahl an Herstellern. Es gibt insgesamt 15.000 oder mehr als 15.000 Geräteprofile hier drin. Aber natürlich kann es ja auch sein, dass die Sachen dann nicht drin sind und dann ist es auch kein Problem. Es gibt leider nicht wie bei Dustlight so eine Scan-Library, mit der ihr die selber erstellen könnt. Aber ich habe auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Dann schickt ihr einfach eine E-Mail an das Lightrider-Team und die pflegen das dann in diese Bibliothek ein, sodass ihr das dann auch jederzeit verfügbar habt und das auch von allen unterschiedlichen Geräten nutzen könnt. So, ich würde sagen, wir suchen uns jetzt mal eben was raus hier. Man kann hier an der Seite auch schön durch das Alphabet scrollen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach hier den Standard-Effekt, den ich eigentlich immer nehme, von der Firma Showtech. Da gehen wir mal zum Phantom. Phantom 50 kennt ja auch jeder von euch. Dann fügen wir jetzt einfach mal hier den MK2 hinzu. Und jetzt seht ihr hier rechts, da sind so kleine Punkte. Was bedeutet das überhaupt? Es gibt da drei unterschiedliche Möglichkeiten. Also einmal, wie man es hier sieht, ist er rot. Das heißt, dieses Geräteprofil ist noch nicht auf eurem Tablet runtergeladen. Das hat natürlich den Vorteil, dass ihr, wenn ihr jetzt die App runterladet, nicht die App-Datei nicht irgendwie mehrere hundert MB groß ist, weil da die ganzen Geräteprofile drin sind, die ihr vielleicht am Ende dann gar nicht braucht. Deswegen ist es halt so, dass ihr hier unterschiedliche Status-Dinge habt. Und immer, sobald ihr dann auf einen draufklickt, wer der noch rot ist, wird das dann automatisch aus dem Internet runtergeladen. Natürlich ist die Voraussetzung hier, dass ihr da eine bestehende Internetverbindung habt. Wir nehmen jetzt mal hier den Phantom 50 MK2. Da seht ihr, der ist schon grün. Das heißt, der ist runtergeladen. Dann gibt es aber noch einen dritten Status. Das ist dann, wenn das Ding gelb ist. Das bedeutet, er ist runtergeladen. Aber es gibt im Internet oder in der Online-Library von Lightrider gibt es eine neue Version. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass einer von euch feststellt, oh, bei dem Geräteprofil von dem Phantom 50 LED-Spot, da ist irgendwie ein Kanal. Der stimmt nicht richtig und meldet das an die Lightrider-Jungs und die ändern das. Dann wird euch das hier als gelb angezeigt. Und dann profitiert ihr natürlich davon auch, wenn dann andere Leute da einen Fehler entdeckt haben und könnt dann entsprechend das auch runterladen. So, dann klicken wir jetzt einfach mal hier auf den Phantom 50 drauf. Und dann sehen wir, dann ist der unten ausgewählt. Und dann daneben habe ich die Möglichkeit, noch den Kanalmodus auszuwählen. Wir haben ja hier einmal die Wahl zwischen dem 8-Kanal-Modus und dem 13-Kanal-Modus. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr im Gerät selber dann auch den entsprechenden Kanalmodus anwählt, damit das dann auch so funktioniert, wie Lightrider das vorgesehen hat. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal hier den 13-Kanal-Modus. Hier der Phantom 50 hinzugefügt. Wenn ihr jetzt sagt, ich will mehr haben, einfach nochmal draufklicken und dann passt das Ganze. Als zweiten Effekt würde ich nochmal so einen Washlight nehmen. Wir nehmen jetzt mal eins von Astera. Und dann klicken wir einfach hier wieder auf Astera. Muss ich mal eben noch suchen. Wo haben wir es denn? Astera, wo bist du? Astera. Astera ist nicht da. Nein, Astera ist natürlich hier auch drin. Da, Astera. Und dann sehen wir hier zum Beispiel, da haben wir jetzt genau diese Option, die ich vorhin erzählt habe. Da ist das nämlich gelb. Das heißt, ich klicke jetzt hier nochmal drauf. Und dann lädt er nochmal die aktuelle Version runter. Wenn ich jetzt aber hier wieder reingehe, dann sieht man, okay, das ist jetzt auf grün. Das heißt, er hat die aktuelle Version vom AX3 von Astera runtergeladen. Und es ist perfekt eingepflegt. Wenn wir jetzt mal hier, müssen wir natürlich jetzt mal gucken, okay, welchen Kanalmodus nehmen wir. Weil ich nehme jetzt einfach mal hier zum Beispiel einen Sechskanalmodus und sage hier Add a Fixture. Und dann fügen wir mal zwei AX3 hinzu. Ja, dann können wir hier auch unterschiedliche Einstellungen vornehmen. Wir haben hier einmal unten, also auf der rechten Seite seht ihr hier einmal jeweils die DMX-Adresse, die ihr für das jeweilige Gerät einstellen müsst. Und wenn ihr sagt, okay, Mist, jetzt habe ich das doch falsch eingestellt mit der DMX-Adresse. Kein Problem, ihr müsst es nicht löschen. Sondern ihr klickt einfach hier unten auf Start und könnt dann da die andere DMX-Adresse auswählen. Also die andere Start-Adresse. Die End-Adresse bleibt natürlich, wie gesagt, immer gleich. Weil natürlich der Kanalmodus sich natürlich nicht ändert. Es sei denn, ihr fügt jetzt einen anderen Kanalmodus hinzu. Also von daher könnt ihr da auch, habt ihr da auch die Möglichkeit, das einzustellen. Und wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel ein DJ-Setup, wo ich dann zwei AX3 in der Mitte stehen habe und jeweils links und rechts auch meine zwei Phantom 50, dann ist das ja hier von der Reihenfolge her nicht so gut. Deswegen könnt ihr hier einfach anwählen, also wenn ihr länger drauf drückt und könnt die Reihenfolge ändern. Das Gute ist aber in der Geschichte, dass sich die DMX-Adresse nicht ändert. Aber wenn ihr das in der richtigen Reihenfolge macht, weiß LightRider, okay, so habt ihr euer Licht aufgebaut und kann natürlich dann auch alle Effekte genau in dieser Reihenfolge abfahren. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass das Ganze dann hinterher auch richtig schön aussieht. Deswegen immer darauf achten, welche Reihenfolge ihr habt. Am besten würde ich es halt so machen, wie euer DJ-Setup aufgebaut ist. Je nachdem, von links nach rechts oder von rechts nach links, ist eigentlich vollkommen egal. Also von daher passt das. So, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will jetzt hier schon irgendwelche speziellen Optionen beim AX3 einstellen, dann habt ihr auch hier die Möglichkeit, hier auf den Dimmer zu klicken und zu sagen, okay, das soll manuell eingestellt werden. Das heißt, da wird dann die LightRider-App nichts dran verändern. Dieser Pegel bleibt eingestellt. Und da seht ihr dann hier auch, dass dann das Gerät mit so einem kleinen Punkt versehen ist. Das heißt, da habt ihr eine manuelle Einstellung vorgenommen. Wenn ihr jetzt eine bestimmte Helligkeit immer haben wollt und sagt, okay, das will ich jetzt nicht über LightRider streuen lassen, sondern ich will immer eine feste Helligkeit. Oder hier beim Shutter zum Beispiel, dass ihr einen bestimmten Wert habt, den ihr immer beibehalten werden soll, dann könnt ihr das hier einstellen. Wenn ihr einfach hier oben auf diesen Pfeil klickt, dann wird das Ganze resettet und dann ist es wieder quasi zurückgesetzt. So, dann gibt es noch unterschiedliche Möglichkeiten. Hier oben ist ja noch dieser Button. Da habt ihr einmal die Möglichkeit, einzelne Geräte auszuwählen oder Gerätegruppen. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Phantom 50 habe, kann ich hier Einstellungen für beide vornehmen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, beim Phantom 50 will ich jetzt hier, weiß ich nicht, dass hier eine bestimmte Funktion bei beiden immer an sein soll, dann kann ich das da einfach über diese Gruppenfunktion einstellen. Macht sich natürlich auch, ist natürlich auch einfacher, wenn ihr dann mehrere, also viele Effekte da drin habt und dann viele Sachen koordinieren müsst. Deswegen ist diese Gruppenoption echt eine klasse Geschichte. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier noch aus Versehen einen Effekt hinzugefügt und sagt, oh verdammt, wie kriege ich den jetzt wieder gelöscht? Das ist auch ganz einfach. Dann müsst ihr einfach nur noch links swipen und dann geht hier dieses Delete-Fenster aus. Dann klicke ich hier auf Delete und dann ist das Gerät entsprechend wieder gelöscht. Also das ist wirklich sehr einfach zu bedienen und sehr, sehr intuitiv. Ich hoffe, ich konnte viele Fragen von euch beantworten. Wenn ihr immer noch sagt, ah, ich habe da noch ein, zwei Sachen, die ich noch wissen möchte, kein Problem. Schaut einfach in unserer Facebook-Community vorbei. Den Link dazu habe ich euch unten auch eingefügt und da könnt ihr fleißig Fragen stellen und da werde ich natürlich mir auch dann öfters mal Fragen rauspricken und die natürlich auch dann versuchen, jederzeit zu beantworten, vielleicht sogar in einem extra Antwort-Video. Wie immer am Ende sage ich practice and enjoy. Wie immer am Ende? 잊st dich auf oder verwenden. Ich freue mich, alle Leute, da sich ein bisschen Bar